Guten Tag, meine Damen und Herren, wir sind in der Regionalexpress von Halle-Nachstückgabend, in der Schaubbaufgabe in der Gaskartstadt. Nächste Planung der Insegenheit ist möglich, dass wir heute eine angenehme Fahrt. Wir warten Sie, wenn Sie eine Gaskartung aus der Erika fahren, dann wird das Schutzverleihung in der Gaskart. Die Gaskartung Die Gaskartung Die Gaskartung Die Gaskartung Die Gaskartung Untertitelung des ZDF für funk, 2017